Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar wird es heute Abend einen Livestream geben, aber nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Mit YouTube versuche ich da gerade was wieder hinzubekommen, weil da habe ich anscheinend irgendwann gegen die Rechtskläden verstoßen, so obwohl ich eigentlich immer nur Spiele gestreamt habe, weiß ich nicht, versuche ich wieder hinzubekommen. Auf jeden Fall zwischen 18 und 21 Uhr wird er wahrscheinlich starten, bin ich noch nicht ganz sicher, muss ich gucken. Es wird wahrscheinlich GTA 5 und Leech of Legends gespielt, vielleicht noch Minecraft, muss ich gucken. Auf jeden Fall erstmal die beiden Games und ja, würde mich über jeden Zuschauer freuen und dann sehen wir uns heute Abend vielleicht. Ciao.